Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Brunner und Tour. Heute nehme ich euch mit an die Tour de France. Und zwar war die Tour de France im Jahr 2022 zu Gast in der Schweiz. Ich nehme euch mit an die Etappe, die in Montreux am Genfersee vorbeigeführt ist. Und wie es an der Tour de France so zu und her geht, das seht ihr in diesem Video. Zuerst bin ich mit dem Zug von Zürich an den Genfersee gefahren. Ihr seht dort ein paar Bilder von der malerischen Zugfahrt durch das berühmte Lavaux-Gebiet. Das sind die Weinterrassen am Genfersee. Das ist übrigens ein UNESCO-Weltkulturerbe. Und dann ein paar Bilder oder Videos vom wunderschönen Montreux. Und dann kam die Tour de France. und was so passiert, das seht ihr jetzt. und dann kam die Tour. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir haben den Raffauchspan, die Sieben haben. Wir sind willkommen zum Zusammenhang mit dem Monn. Wir sind die Verwittelsen. Wir sind die Verwittelsen. Wir sind die Verwittelsen. Wir sind die Verwittelsen. Wir sind die Verwittelsen, die wir nicht mehr verletzen können. Wir sind die Verwittelsen. Wir sind die Verwittelsen. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Hallo zusammen, willkommen bei Brunner on Tour. Wir warten hier in Montreux am Genfersee auf die Tour de France. Es sollte jeden Augenwechser weit sein und die Spannung steigt. So, bald geht's los. So, es kommen die ersten Mannschaftswagen. Ich höre auch schon den Helikopter im Hintergrund. Die Spannung steigt. Bereits recht viele Leute hier in Montreux. Die Etappe ist in Egel gestartet. So eine halbe Stunde und in ein paar Sekunden geht's dann los. Los geht's. Tour de France in der Schweiz in Montreux am Genfersee. Die Strassen sind gut gesäumt. So, wenn das Feld dann an draus, wird's dann schnell gehen. Die Fahrt ist in vorne beim Schloss Chiron beim Eingang von Montreux. So, hier kommt das rote offizielle Auto. Und jetzt geht's dann ganz schnell. Sehr viele Begleitfahrzeuge. Ist gut gesichert die Strecke. Absolutes Fahrverbot während der Tour de France. Die Strassen sind seit Stunden gesperrt. So, hier der Helikopter in der Luft. Und viele Polizei, Motorräder und offizielle Fahrzeuge. So, und nun geht's los. Hier kommt der Erste. Und durch ist er. Voila, und hier kommt das ganze Feld, die ganze Meute. Bei der leichten Abfahrt. So, wow, was für ein Spektakel. Und durch sind sie. Und nur die ganzen Begleitfahrzeuge hinten dran. Wow, was für ein Spektakel hier in Montreux. Ein schöner Helikopter hier in der Luft. Direkt über mir. So, hier die Ambulanzen. Der das andere Tommy. Das ist ja eine super Begleitfahrzeuge. Ok, ein Poole. Ja, das ist für mich ja ein Poole. Jetzt kam die Steine. So, jetzt die Ambulanzen. Medizinisches Personal. Das Medizinisches Personal. Am Schluss wieder die Chondachmerie, auf ihren Motorrädern, der Besenwagen, und das war's. Das ganze Spektakel ist schon vorbei. Schweizer Polizei, Schluss, voilà. Und nun ist die Strasse wieder leer. Die Strasse wieder leer. Die Strasse wieder leer.